Moin moin meine lieben Leute der Darksiders Leute, Freunde. Spannende Musik So... So... You are up and ready! Oh. Hä? Ich stand da doch... Digga! Ich hasse dieses Gegend! Ich hasse dich zu sehr! Ich esse jetzt erstmal auf währenddrehen ein Pudding. Ich nehme mir schon seit fast den ganzen Tag auf. Und hasse mein Leben währenddrehen. Was hab ich eigentlich noch auf diese... Oh. Gut. Sei gegrüßt! Lass dir sein! Eine ausgezeichnete Wahl! Wie du... Das... Wie du... Oh. Sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Oh. 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 Ich habe 9. Das war's. Das war's. Das war jetzt viel zu spät. Jetzt. Oh ey, ich hasse mein Leben. Oh. 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 Vorher ist er... So. Was ist kurz? Nein, hier ist schon wieder so einer. Ich bin dein Anpacker. Aber das ist nicht so hart. Ich bin dein Anpacker. Ich hasse die Gegner. Ich hasse die Gegner. Ich hasse diese Gegner mit diesem Kackschild. Wieso gibt es sie überhaupt? Wieso? Wer kam auf die grandiose behinderte Idee in Darksiders, Typen mit Schildern hinzupacken, die mag kein Mensch. Ich will von Darksiders mal, dass es keine Typen mit Schildern gibt, falls irgendwann mal eine richtige Nummer ist, wo man halt nur Dings spielen kann. Wird wahrscheinlich je nicht geben, weil, wie ich es kenne. Ich mache kurz Pause. Wieso? 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 hör mal auf zu bloggen ich will doch nur weg hier renn doch du bist ist was ich habe keinen bock mehr langsam langsam aber auch sich habe ich wirklich so und null bock auf dieses spiel man spielt das spiel auf normal ist es wie so scheuß mit scheiß gegnern die schwingen wie mit drei schlagen one shot machen dann kommt noch ein beschissener gegner die krage oder auch füllerei genannt echt scheiße war ja 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 doch das war mir gesagt Es ist geboten, die sich nur verteidigen, diese nervige Huren-Söhne, Alter. Ähm... ...krieg ich auch irgendwann mal wieder einen neuen Händler? Ne, das war jetzt wieder klar. Ähm... Digga, piss dich! Ja, okay. Da ist der Wiss hier, habe ich gesagt. das Ha. Was du nicht sagst, dass ich mir abgelenkt bin gerade, ne? Aua! Ah, das ist gut. Oh. Ja, ich bin so näher. Ich bin so genervt an diesen Gang. Jetzt einmal meine Ruhe. Und hör auf. Mann, du nervt hüttende Steuerung. Oh, phone. Oh, phone. Oh. 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 kommt mein gott es weiß ich schon ja ja man hat einen dinger muss sagen Da lang. Da nicht lang. Ich weiß, wer da ist. Da lang, wo es nicht so schlimm aussieht. So. Ich will mal ein Leben gönnen. So. 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 Hm. Ah, geil, dass du mich jetzt hier entschickst. Ah, das ist ein geiles Spiel. Ah, hier ist er endlich. Boah, ich hab ihn endlich. Oh man. Ich brauche Heilung. Jetzt nicht so wenig Heilung. Das ist kein gewöhnlicher Sturm. Lauf! Komm schon, Beobachter, nicht. Gegen das Umwelter kommst du nicht an. Ah, ist das laut? Tschüss. Oh. Das heißt, ich darf nicht wechseln. Digga, das Umwelter killt. Das Umwelter ist sehr tödlich. Jagt mich sogar. Ich würde persönlich sagen, das Umwelter hasst meinen, hast Fury oder hasst mich einfach gesagt. Und ja, Darksiders 2 würde ich noch Darksiders 3 fortsetzen, weil ich muss erstmal ein paar Sachen durchspielen damit. Okay. Lila ist gut. Ja, Fury ist es sehr laut. Bisschen zu laut. Um ehrlich zu sein. Ich glaube, da muss ich lang, ne? Ja, hier. Ich... Okay. Da hinten lag aber noch was. Hier lag auch noch was. Hallo. Einsamen. Was ist hier eigentlich passiert? Ach du Scheiße. Digga, das fuckt mich langsam ab. Oh, Chau. Oh, ich bin boring drauf. Oh nein. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein. Oh nein. Oh nein! Oh nein! Das war's für heute. Nein, Mann! Wenn ich sag, mach mal L1, dann machst du mal L1 zu den Vierecken. Mach ich nicht gut, ja. So. So. Okay, hier muss ich wieder Lila. Oh, kommst du her. Okay, hier lang, na. Oh, kommst du her. 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 Sehr ernst. Mega, ich hasse diesen schon so sehr. Oh, kommst du her. Ach so. Wie soll ich das denn machen? Du, dieses Spiel denkt zwar nicht, dieses Spiel denkt weniger nach als ich. Wieso sind diese Macher manchmal so dumm? Ganz auf die denkt man kann, man kann da überall lang laufen ohne ein Hauch. Digga, ich hab langsam keinen Bock mehr. Spiel hat es schon geschafft, mir die Laune zu rauben innerhalb von, keine Ahnung. Seit 15 Uhr setze ich an Dark Souls 3 und dreh für euch Videos. Jetzt bin ich hier. Mal Lila. Mal Lila. Mal Lila. Mal Lila. Mal Lila. Mal Lila. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und er glaubte, wie oft, dass du größere Kraft besitzt, als dir bewusst bist. Wunders, wie du blieb wohl vorerst. Das sind immer noch zu einfache Gegner, ne? Wunders, wunders, wunders. 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 Wunders, wunders. Wunders, wunders. Wunders. Wunders, wunders. Das war's. Wie soll ich das denn machen? Das ist das einzige, was dieses Spiel nicht nachdenkt. Ich warte durch diese Kack-Hurenle-Sand-Sturm-Teiler, renne in die U-Bahn, renne überall hin, sterbe sehr schnell. Und trotzdem, egal was passiert, man ist einfach tot. Jetzt brauchte ich schon wieder speichern. Digga, feg dich, Spiel. Digga, mach mal Feuer. Dann machst du Feuer, du Dummkopf. Wo muss ich eigentlich hin? Nein. 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 was mache ich überhaupt denn aus so ich muss hier runter diese steuerung zu kompliziert die menschen während der apokalypse keine chance ihre zivilisation ist nun nur noch dämonen sie waren wirklich eine armselige spezies doch in ihren monumenten finden sich anzeichen für verstand entwickelst du sympathie für die menschen herren wohl kaum ihre vermessenheit ist bemitleidenswert sie glaubten das schicksal der welt kontrollieren zu können diese türme zeugen jedoch von beeindruckendem ehrgeiz als ob sie ihre bestimmung darin sahen in den himmel empor zu steigen als ironie dass sie von der hölle verschlungen wurden wohl wahr die gleich wieder auf 1 da oben sind schon da eigentlich war also so 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 Das war's. 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 Das war's.